Hallo Leute, ich grüße euch. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus meinem Buch Antori vorlesen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist die Geschichte Miras Mandala. Es verging kein Tag, ohne dass Mira in den Wald ging. Der Wald war ihr zweites Zuhause. Hier hatte sie ihre Plätze, an denen sie stundenlang spielte. Es kam hin und wieder auch vor, dass sie die Zeit vergaß und zu spät zum Abendbrot kam. Aber Miras Eltern tolerierten kleinere Verspätungen, weil sie wussten, wie sehr sie den Wald liebte. Wenn Mira abends nach Hause kam, erzählte sie wie ein Wasserfall von ihren Erlebnissen. Selbst wenn es manchmal viel war, ließen ihre Eltern sie ausreden. Es lagen Magie und Wunder in Miras Worten. Ganz besonders liebte ihr Vater ihre Geschichten. Es war Frühling. Die Sonne stand tief und die Luft war frisch. Mira war wieder in ihrem Wald, um etwas für die Schule zu tun. Sie war gerade dabei, ein paar Nüsse vom Haselstrauch zu sammeln, als sie plötzlich stehen blieb. Nur ein paar Meter von ihr entfernt stand ein Hirsch. Sie schauten sich an. Seine großen braunen Augen waren wie Zauberkugeln. Mira spürte gleich eine besondere Verbindung zu ihm. Ich bin Hiro, hörte sie eine Stimme in sich sagen. Hallo Hiro, ich bin Mira. Magst du mich vielleicht begleiten? Ich bin auf dem Weg zu meiner Lieblingslichtung und will etwas für die Schule machen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, denn ich habe ein interessantes Projekt in meinem Fach Magic Elements. Gerne, antwortete Hiro. Vielleicht kannst du mir auch helfen, denn ich bin auf der Suche nach dem Dorf der Wurzel- und Kräuterzwerge vom grünen Hang. Natürlich. Vergnügt hüpfte Mira los und Hiro gleich hinterher. Schau hier, das sind die berühmten rosa Waldbären. Mira pflückte zwei Bären und steckte sich eine in den Mund. Die andere reichte sie Hiro. Für dich, sagte Mira in einem verheißungsvollen Ton. Sie wachsen nur im Frühling und auch nur hier. Die Kräuterzwerge lieben diese Bären auch. Sie machen daraus eine köstliche Limonade. Diese verfeinern sie gerne mit Rosmarin und mit einem Blatt der blauen Minze. Hiro's große Lippen saugten an der Bäre. Der Saft prickelte im ganzen Körper. Er lachte dabei so sehr, dass er sogar auf seinen Hinterbeinen stand. Die Vorderbeine weit in die Luft gestreckt. Dieser Saft weckt die Frühlingsgeister und verabschiedet den Winter, sagte Mira unter lautem Lachen. Sie gingen weiter, bis sich vor ihnen Miras Lichtung öffnete. Ah, sie stieß einen zufriedenen Laut aus. Wir sind da. Komm, ich zeige dir den besten Platz. Sie lief hinüber zu einem ganz und gar von Moos bedeckten Hügel. Hinter ihm war eine kleine Kuhle, die gerade groß genug war, dass Mira sich hineinlegen konnte. Hier bin ich oft, hier spiele ich den ganzen Tag. Schau mal dort, die Bäume sind zu einem Tor zusammengewachsen. Das hat die Göttin des Waldes nur für mich gemacht. Hiro's Augen glitzerten ganz besonders stark, als sie das sagte. Mira legte ihre Tasche neben sich ab und machte es sich gemütlich. Warum kommst du nicht her? Mira fühlte in Hiro eine Traurigkeit. Sie schaut zu ihm und fragte, ob er traurig sei. Ja, das bin ich, antwortete er. Dort, wo ich herkomme, gibt es Krieg. Unsere Wälder sind in Gefahr. Sie werden immer kleiner. Wir wissen nicht mehr, wohin. Meine Familie ist auseinandergetrieben worden, weil sie uns jagen. Mira lieben die Tränen. Willst du deswegen zu den Zwergen? Ja, ich bin hierher gekommen, um bei Ihnen Hilfe zu holen. Bei uns lebt ein junger Mann. Er ist der Waldbeauftragte. Er könnte diese schlimmen Zerstörungen beenden, aber er traut sich nicht. Denn ihm fehlt der Mut und die Kraft. Deswegen suche ich die Waldswerke. Ich habe gehört, dass sie eine Kräutermischung haben, die Kraft gibt und dabei hilft, sich zu erinnern, wer man wirklich ist. Mira sprang auf. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Von meinem Projekt für die Schule kann ich dir auch unterwegs erzählen. Hiro freute sich, dass er Mira getroffen hatte und sie ihm so hilfreich beiseite stand. Wie weit ist es bis zu den Zwergen? Ungefähr zwei Stunden. Wir müssen bis zur Westseite des Waldes gehen. Dort ist ihr Dorf. Hiro bot Mira Hilfe an. Er bot ihr an, sich auf seinen Rücken zu setzen. Denn dann wären sie schneller dort. Mira ließ sich das nicht zweimal sagen und kletterte hinauf. Hm, du bist ja weich. Sie kuschelte sich in sein weißes Fell. Dabei roch es auch nur so gut, wie der Wald persönlich, nach Rinte und Blüten. Halte dich fest, es geht los. Hiro's Schritte waren flink. Es war fast so, als würde er über dem Boden schweben. Erzähle mir etwas von deinem Projekt. Es klingt interessant. Oh ja, sehr gerne. Es geht um ein Freuden-Mandala. Dazu soll ich verschiedene Elemente aus dem Wald nutzen. Diese können Nüsse, Rinden und Blumen, Federn, Zweige und Steine sein. Ich mache sehr gerne Mandalas und kann es auch richtig gut. Dieses Freuden-Mandala soll im Schulgarten gelegt werden. Während Mira erzählte, hatte Hiro eine Idee. Wie wäre es, wenn du auch ein Maler-Mandala für meinen Wald machen würdest? Daran habe ich auch schon gedacht, sagte Mira mit froher Stimme. Das tue ich so gerne. Aber lass uns zuerst deine Kräuter holen. In Windeseile erreichten sie die grünen Hänge vom Westwald. Mira stieg ab und sagte, wir sind da. Ich bringe dich noch bis zum Tor, dann muss ich wieder zurück. Ich würde die Zwerge zwar auch gerne besuchen, doch ich habe noch einiges zu tun. Aber bitte grüße Kirin Dasha von mir, wenn du sie triffst. Sie macht die besten Limonaden. Um deinen Mandala brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde nachher gleich damit beginnen. Ich habe mir unterwegs überlegt, dass ich nur ein Mandala in unseren Schulgarten legen werde, und zwar deins. So können auch meine Mitschüler ihren Segen dazugeben. Alles wird gut, Hiro. Mira legte ihre Stirn an seine Stirn und ihre Hände auf seinen Hals. Bis bald. Am Tor wurde Hiro herzlich von einem Zwerg begrüßt. Ich bin Duri, Sohn von Gondar und Parim. Warte hier bitte einen Moment. Ich sage Bescheid, dass du da bist. Das Dorf der Zwerge reichte bis hinauf zu den Hügeln, wo auch einige ihrer Häuser hineingebaut waren. Sie sahen so lieblich aus. Ihre Dächer waren rund und mit Moos und Gras bewachsen. Von kleinen Steinen umrandete Wege verbanden die Häuser miteinander. An den Häusern waren Mandalas aus Hölzern, Früchten und bunten Steinen angebracht. Pralles, Brombeerbüsche säumten die Wegkreuzungen an den Hängen. Es duftete köstlich nach frischem Sesambrot, Pilzen und in Zimtsauce eingelegtem Wurzelgemüse. Eine Zwergin kam auf Hiro zu und sprach, Hallo, ich bin Gondar. Ich bin die Tochter der Dorfältesten. Was können wir für dich tun? Hiro erzählte ihr alles. Gondar hörte aufmerksam zu und dankte Hiro, dass er sie aufgesucht hatte. Wir helfen dir und deinem Wald sehr gerne. Lass uns gleich beginnen. So gingen sie zu ihrem Haus, um noch einige Zutaten für die Kräutermischung zu holen. Gondar brachte auch ihren Mann mit, denn er verstand sehr viel von Erinnerungs- und Essenzmischungen. Zusammen gingen sie die Hügel hinauf bis hin zur alten Eiche. Sie stand prächtig groß und ihre weitausladenden Äste bildeten ein großzügiges Dach. Gondar zeigte auf dem achteckigen Tisch am Fuße der Eiche. Hier werden wir die Mischung anfertigen. Sie holte Schalen und kleinere Gefäße aus ihrer Tasche und ordnete sie auf dem Tisch an. Dabei sang sie in einer Sprache, die Hiro noch nicht kannte. Parim legte dabei die Kräuter zielstrebig in die Schalen. Hiro konnte sehen, dass er genau wusste, was er tat. Ab und zu hielt Parim eine Wurzel oder ein Blatt vor seinen Mund und hauchte hinein. Nach einigen Minuten lagen in jeder Schale Kräuter, Wurzeln und Blüten, die Gondar in einer türkisblauen Schale zusammen mischte. Fast fertig, sagte Gondar und hielt Hiro die Schale hin. Sie bat ihn, etwas von seiner Spucke dazu zu geben. Mit feierlichen Gesten hielten Gondar und Parim die Schale nach oben und baten um den Segen der Göttin. Dabei stieg auch Hiro in den Gesang mit ein. Ein goldener Schimmer umgab die drei Gestalten. Dann holte Gondar aus ihrer Tasche einen kleinen blauen Beutel und gab die Kräutermischung sorgfältig hinein. Diese bringe in die Nähe von dem jungen Mann. Die Energie wird sich durch den Duft ausbreiten und ihm helfen, sich zu erinnern, wer er wirklich ist. Sie band den Beutel um Hiro's Hals. Dieser bedankte sich bei Gondar und Parim und machte sich gleich auf dem Rückweg zu seinem Wald, so schnell er konnte. Er fühlte große Energie, die aus seiner Zuversicht und seiner Dankbarkeit kam. Geräte Vielen Dank.